Wir wünschen euch einen guten Rutsch, ein gutes neues Jahr und saucht heute nicht zu viel. Ganz gefährlich, heute zu laufen. Ja, ich wünsche euch einen guten Rutsch und ein super Jahr 2015. Macht es das beste Jahr überhaupt draus und ja, wie gesagt, lasst es ein bisschen auf. Wir haben da nicht heute zu viel da. Ein bisschen werden wir alle, aber halt nicht übertreiben und ja, vielleicht hört man es ja nicht irgendwo, wenn es dann nach Mitternacht noch ein bisschen in die Lokale geht. Gut, ja, ich freue mich jetzt zu deinem Video und mir so. Fiat, teig. Fiat, teig.